heute bei viel für wenig sechs personen sechs verschiedene essenswünsche mutter melanie ist am limit die hauptprobleme die ich habe ist einfach dass es mir den auch ausbleiben und auch kochprofi björn freitag stößt hier an seine grenzen willst nicht probieren ab jetzt ist mitmachen angesagt erste erfolge beim pizza crashkurs das ist so wie mit knete spielen spaß beim schnibbeln kneten formen aber auch spaß beim essen was schmeckt den kindern was bleibt liegen eine neue herausforderung für björn freitag heute ist spitzenkoch björn freitag zu besuch im nordöstlichen ruhrgebiet in ham im 20 jahrhundert ein zentrum für bergbau und stahlindustrie heute befinden sich auf dem ehemaligen zechen gelände heinrich robert verschiedene gewerbe und event locations wahrzeichen der stadt ist der 35 meter hohe glaselefant im maximilianpark die über 180.000 einwohner zählende stadt ist die heimat der sechsköpfigen familie becker löbbert ich bin andere ich bin natürlich ich bin der nico und ich bin melanie und das ist der milo mama melanie kocht für alle papa andre werkelt mit den kleinen im garten bei vier kindern ist arbeitsteilung alles bei uns zu hause ist immer was los lange weil er gibt sie überhaupt nicht dadurch dass die kinder von der altersspanne zwei bis 14 ist hier jegliches programm an der tagesordnung und chaos ist davor programmiert und chaos gibt's leider auch beim essen so sehr melanie versucht abwechslungsreich für alle zu kochen irgendjemand hat bestimmt etwas auszusetzen so das gibt es heute zu essen natürlich kann ich jetzt heute wieder nicht bei allen punkten das ist klar mein mann kann ich mit dem gericht beglücken er ist damit zufrieden aber was mache ich dann nachher für den nico zu essen wie so oft gibt es dann doch lieber döner vom imbiss als das essen von mutter melanie selbst einfachste gerichte werden so zur großen herausforderungen nudeln kochen ist ja in der allgemeinheit so auch das schnelles essen geht schnell und man ist damit fertig bei mir sieht das leider anders aus das heißt der eine möchte gerne fuseli nudeln der andere spaghetti der eine gerne mit bolognese dann aber auch nur mit dem maggie fix tütchen der eine hätte lieber so eine art carbonara soße so eine schinkensahne soße und die anderen verzichten ganz und nehmen dann nur frischen parmesan da blickt ja keiner mehr durch nur der eine nur mit fix tütchen der andere nur sahne soße wie will man die alle unter einen hut bringen fast eine unlösbare aufgabe sechs verschiedene geschmäcker sonderwünsche dramen am mittagstisch für melanie ein täglicher kampf ob björn freitag ihr helfen kann die hoffnung ist auf jeden fall groß also ich wünsche würde mir von björn wünschen dass er irgendwie das chaos richtig in den griff kriegt vielleicht mit ideen wo er mich unterstützen kann was ich hinterher umsetzen kann dass man einfach neue ideen oder einfälle bekommt dass wir alle so ein bisschen in ein ein boot kriegen die kids sind zuversichtlich ich freue mich sehr auf björn ich freue mich auch sehr auf gern wer kennt ihn nicht gestatten gern freitag heute besuche ich familie becker löbbert in hamm und was das kochen angeht als mutter melanie wirklich ratlos mal gucken ob wir wieder ein bisschen spaß und schwung in die küche bekommen gehandicapt durch einen unfall aber voller tatendrang trifft björn auf melanie die ihn schon sehnsüchtig erwartet hallo hallo alles gut ja alle schon zu hause alle da ja soll ich durchgehen ja gehen wir mal durch hallo zum bohr krassen richtige großfamilie hier ja volles haus bei den becker löbberts neben andere und den kindern sind auch die oma star einfacherweise heißen beide karin der älteste sohn nico liegt leider krank im bett björn kommt gleich zur sache melanie wo ist da dein problem musst du immer so mehrere sachen kochen also kannst nie ein gericht machen nein das wäre ein traum nein tatsächlich ja also es ist schon jeden tag eine neue herausforderung wo man tatsächlich morgen schon denkt was soll ich heute mittag und meinst du eher das ist normal oder sind die zu verwöhnt die sind 1a zu verwöhnt ja ganz okay definitiv jeder andere wird sagen es gibt was zu essen gibt und dann ja entweder essen sie es oder nicht okay die hauptprobleme die ich habe ist einfach dass mit denen auch ausbleiben also kreativität bin ich auch nicht so ganz begabt glaube ich timo was ist du denn am liebsten und was ist du gar nicht gemüse gemüse echt krass ist ja schon sehr vorbildlich welches gemüse magst du gern echt paprika okay ist das schon mal gut ne ja auch schon mal was schon mal gefüllte paprika schon ja ja solche sein wie das dann aussieht die sehen hervorragend aus ich esse die sehr gerne ja und dann findest du überall eigentlich nur noch hinterher die paprika ausgehüllt und das innenleben wurde dann nur gegessen und die paprika ist ich dann hinterher vom tenner okay aber sina ist ihre paprika oder nein weil die ja dann gekocht sind jetzt wird es echt kompliziert also das heißt gemüse am liebsten roh ja es gibt viel zu tun erster schritt eine bestandsaufnahme der schränke der erste vorratsschrank quillt über mit pasta gerichten in allen variationen nächste station der kühlschrank und hier hat björn mal nichts auszusetzen mein gott perfekt eingeräumt ich glaube den hätte ivan willix nicht besser einräumen können nur fleisch schön unten da doch auf licht folgt leider oft schatten der apotheker schrank auch friedhof der fix tütchen genannt warum sind die so viele tüten habt ihr zu viel geld eigentlich nicht warum kaufst du zum beispiel sowas paprika rahmschnitzel also brauchst du das ja tatsächlich würde ich das jetzt tatsächlich auch nur mit wasser oder sahne dann anrühren und die paprika würden da ja gar nicht reinkommen weil dann wird es ja wieder nicht gegessen also die brauchen schon so die würze so ein bisschen also die da drin ist ja das ist ja so ich kenne das aus meiner kindheit diese fertig tomaten soßen also früher hatten die so viel würze dass die tomatensoße extrem schmeckte und dann hast du als kind wenn jemand eine frische tomatensoße gekocht hat mochte die gar nicht mehr weil du dich so an die würze gewöhnt hast und so ist das natürlich mit den sachen auch oft dass sie dann wenn du mal natürlich kochst nur mit salz pfeffer und vielleicht noch ein bisschen paar frischen kräutern mögen die gar nicht mehr ich kann mir schon vorstellen dass die kinder an diesen gewürzmischungen an den tüten gewöhnt sind und ich hoffe in naher zukunft dass man das tatsächlich auch ja dass man das weniger benutzen wird doch timo schmeckt selbst mit würztütchen nur selten also was mich jetzt so ein bisschen schockiert hat vorhin bei timo also nicht schockiert aber wenn wenn man jetzt wirklich nur nudeln mit parmesan käse ist dann ist natürlich eintönig ohne ende also da 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 holt man sich ja gar nichts außer kohlenhydrate und ein bisschen käse geschmack also da fehlt auf dauer schon irgendwie was weil das ist glaube ich so die unsinnigste ernährung der welt einfach nehmen ja die kinder müssen ja wachsen und dafür brauchen die auch abwechslung im speiseplan und gemüse muss einfach sein und ich kann mir nicht vorstellen dass wir nichts finden der letzte weg führt björn in die vorratskammer samt tiefkühlschrank hier sehe ich pizza baguette esst ihr überhaupt pizza ja 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 aber aktiv gekühlt oder selbst gemacht auch da alle unterschiedlich okay das heißt unterschiedlich also wenn ihr frische pizza macht gibt es dann jenige hier die die nicht mögen also tatsächlich wenn ich frischen teig mache kriege ich fast alle mit ins boot wenig er beim timo ist das so ein problem also der ist dann tatsächlich die tiefkühlpizza fertigprodukte statt selbst gemacht das möchte björn ändern die herausforderung ein gericht zaubern das den hohen ansprüchen aller familienmitglieder genügt also ziel ist es ja heute das gemüse jetzt so zu garen das eben nicht so verkocht ist weil die mögen ja lieber das gemüse knackig ja richtig deshalb machen wir so eine art fangen gemüse okay die kartoffeln die reiben wir nachher gekocht und dann habe ich vor wie so eine art tortilla zu machen und das hört sich in der theorie gut an ob es sich auch in der praxis bewährt und den kritischen gaumen der kinder standhält wird sich später zeigen während die zwiebeln mit etwas muskatnuss anschwitzen mit björn eier saure sahne und milch das geschnittene gemüse zu den zwiebeln geben und kurz an das riecht immer schön doch das essen riecht nicht nur gut und schmeckt hoffentlich später auch sondern hat noch weitere vorteile also das ist jetzt gleich ein gericht da können wir auch gut ein bisschen resteverwertung machen wenn ihr noch ein bisschen käse im kühlschrank habt ihr fahrt ja bald in urlaub bisschen koch schinken sowas alles was ihr jetzt loswerden wollt können wir gleich da rein machen okay gut das ist das hört sich gut an reste die sonst in den müllwandern werden nun zu einem leckeren gericht verarbeitet so geht viel für wenig und einen trick für mäkelige esse hat björn auch noch im petto ich wollte das jetzt wirklich so machen dass die kinder gar nicht zuerst das gemüse sehen sondern dass die erstmal nur lecker kartoffeln zwischen diese eiercreme und ich will nicht sagen dass sie dann böses erwachen haben aber die nächste schicht ist dann eher gesund okay und schnell gemacht ist es auch es ist ja so guck mal wir haben jetzt gut die kartoffeln die brauchen länger aber für den rest haben wir jetzt viele stunden geschnippelt das geht wirklich sehr sehr fix die letzten handgriffe dann ist die tortilla a la björn freitag auch schon fertig aber jetzt keinen fehler machen also hier an der stelle sieht man noch zu viel gemüse noch ein abdecken gerade noch gemerkt jetzt noch den restlichen käse drüber und fertig ja und das schieben wir jetzt gleich in den ofen ich habe jetzt also ich würde jetzt so umluft grillen machen weil die sachen brauchen ja gar nicht so lange die sind ja alle schon gar im prinzip bis wir jetzt nur erreichen dass diese eicreme stoppt viertelstunde 20 minuten 180 grad und dann wird's spannend kann björns gemüse kartoffel auflauf bei den kindern punkten timos blick lässt nichts gutes erahnen ist das jetzt ein gutes schweigen oder schlechtes ich weiß es noch nicht die moriter sind lecker immerhin ein erfolg bei der kleinen schwester und wie könnte björn timo glücklich machen ist denn jeden tag nudeln ok man kann es nicht immer allen recht machen aber björn gibt sich noch nicht geschlagen also timo auch wenn du jetzt nichts probiert hast wirst du nicht bestraft ich habe morgen eine schöne überraschung für euch und vielleicht schmeckt ihr da das eine oder andere dann freust du dich auf morgen ja sei ehrlich also ich lasse mich einfach tatsächlich darauf ein und lass mich überraschen was björn da noch im petto für uns hat ich freue mich wahnsinnig aufs einkaufen vielleicht hat er noch den einen oder anderen tipp den ich gut mitnehmen kann und auch selber dann umsetzen kann ja und was überraschung angeht ja ich bin gespannt auf morgen ja die kinder sind schon harter brocken aber ich habe schon plan wie ich alle unter einen hut bringen kann vor allen dingen morgen mit einem gericht was wirklich alle kinder gerne mögen aber das ist dann die überraschung björn freitags große herausforderung mahlzeiten zaubern die alle familienmitglieder glücklich machen vor allem die kinder außerdem soll mehr vielfalt auf den speiseplan am nächsten tag hat er familie becker löbert in die altstadt von unna eingeladen so heute gehe ich mal mit der familie auf dem markt und da bin ich mal gespannt was die kinder so mögen an gemüse was sie auch vor allen dingen nicht mögen wichtig ist heute was bekommen wir an regionalen gemüse und wo kann man vielleicht auch mal ein schnäppchen machen die familie ist fast vollständig erschienen nur der älteste sohn nico liegt leider immer noch flach alles gut bei euch ja hallo so wenn ich für dich habe ich erstmal hier die einkaufs ist jetzt ja danke du bist chef der einkaufsliste wir gehen jetzt heute auf den markt die überraschung kommt übrigens nachher keine angst nicht nur ein langweiliger markteinkauf für die kids und wichtig ist natürlich jetzt mal wo können wir sparen was ist überhaupt saisonales oder regionales gemüse und das schauen wir uns jetzt mal an der wochenmarkt in unna findet immer dienstags und freitags statt 38 anbieter verkaufen hier lebensmittel häufig direkt aus dem umland erste einkaufsstation ist der stand von landwirt philipp krämer ihr seid ja ein betrieb aus unna hier und ihr baut auch ein paar sachen selber ja genau also wir sind spezialisiert auf freland gemüse also verschiedene sorten kohl salate und kräuter dann bauen wir noch zuckermais an und kartoffeln der vorteil vom wochenmarkt ich habe eine große auswahl ich darf probieren ich habe eine kompetente beratung und manchmal habe ich sogar den erzeuger auch noch vor mir stehen also mehr geht nicht gibt es heute äpfel im angebot irgendwas können wir da ein bisschen sparen bei den ja natürlich also wir haben auf der theke sag ich mal die perfekte ware 80 85er rundherum gefärbt perfekt aber natürlich haben wir auch äpfel die vielleicht nicht ganz perfekt sind als klasse 2 ware und normalerweise kosten die 2 90 das kilo das ist jetzt ein kilo für 1 40 super bei obst und gemüse der warenkasse 2 kann man richtig sparen in unserem fall mehr als 50 prozent so kann es weitergehen mal sehen welche schnäppchen es beim gemüse zu ergattern gibt was steht denn auf der liste ein kilo blatt spinat sehr gerne also da habe ich auch ja war sie ein angebot ab zwei bundes das bund 150 mega schon wieder gespart nicht dass wir ihnen sparen durch mengenrabatt auf vielen wochenmärkten ein bekanntes prinzip preiswert einkaufen ist das eine aber auch der anbauort spielt für den spitzenkoch eine wichtige rolle also ich bin ja immer eher ein freund davon wenn ich die wala zwischen spanien und niederlande würde ich immer eher niederlande nehmen ja weil spanien wasserarmes land von daher die sind jetzt kleiner dann nehmen wir zwei zwiebeln einfach von den niederländischen aber da die größten bei den tomaten wird es spannend hier unterscheiden sich die preise enorm zwischen den verschiedenen sorten und herkunftsländern da muss man ganz genau hinschauen jetzt natürlich verwirrend hier sind die preise in 100 gramm angegeben bei denen ist das jetzt einmal sonst her kilogramm preise ja die honigtomaten sehr teuer sind sehr teuer kosten aber immer so überlegt man damit das kilo 25 euro kosten ja die sind sehr gut aber sag ich mal was auch interessant ist sind halt hier gerade diese italienischen ja das sind mini san manzano tomaten die sollten eigentlich auch ziemlich gut sein und preislich ein deutlicher unterschied ja die nehmen wir auch also da nehmen wir ein halbes kilo ein halbes kilo tomaten vier möhren eine große gurke ein bunt rucola und natürlich eine paprika für sina obstsalat gemüse und auch kräuter haben den weg in die körbe gefunden viele frische und gesunde zutaten für die familie vor allem die kinder björn zieht schon einmal bilanz so was denkt ihr denn was das hier gekostet hat jetzt glaube ich 35 was hast du sie 46 46 ok bei sina ist die inflation schon richtig angekommen ok also ich würde so vermuten 15 bis 20 euro da lege ich auch mit 15 bis 20 ok dann geht ihr schon mal ihr solltet es jetzt nicht mitbekommen weiter zur metzgerei vorne und das treffen wir uns gleich wieder ja und was sagt die familie also ich fand es jetzt sehr spannend zu sehen dass man tatsächlich auch auf dem markt produkte aus der zweiten wahl quasi kaufen kann bei den äpfeln zum beispiel wo wir die hälfte auch gespart haben hast du schon addiert ja ich habe es ausgerechnet wir sind bei 26 95 ok also ein kleines bisschen teurer als die familie so vermutet hat also die älter aber egal bitteschön kassensturz regionales obst gemüse und kräuter schlagen mit 26 euro 95 zu buche inklusive einiger schnäppchen und rabatte fehlt nur noch das fleisch sowohl für die heutige überraschung als auch für das große kochen morgen wir würden gerne ein bisschen rinder hackfleisch ja habe ich da ja neben hat fleisch kauft wir noch wurst für die zusätzliche überraschung ein mit den 25 euro 40 für fleisch aus der region steigt die rechnung auf rund 52 euro zutaten für drei gerichte a sechs personen aber wie versprochen wird heute nicht nur eingekauft zur liebe familie hier stehen wir jetzt in unna vor meisterhaus hier gibt es wirklich eine der besten pizzen ruhrgebiet und das ganze ist familie von meinem freund frank buchholz mit dem ich immer die wdr bootstour machen ja und hier machen wir jetzt ein pizza crashkurs ja und dann kommt björns idee wenn kinder lernen ihr essen selbst zuzubereiten schmeckt auch gleich viel besser aber ob dieser plan auch aufgeht wird sich team auf eine frische pizza einlassen oder schwört er weiterhin auf seine tiefkühlpizza es wird spannend die traditionelle pizza in italien ist die margherita mehr als tomaten käse und oregano kommt da gar nicht drauf doch für timo und sina macht pizzerbäcker ach mit heute eine ausnahme ok was muss ich jetzt da drauf haben und was wünscht sich timo auf die pizza etwa nudeln eine pizza mit salami und paprika speziell für die kids noch den mozzarella oben drauf und ab damit in den knapp 380 grad heißen ofen innerhalb weniger minuten ist die pizza fertig das sieht aber lecker aus oder jetzt muss sie nur noch schmecken und wir wissen ja wie kritisch unsere kleine jury ist aber die aufgabe heute lautet ja nicht pizza essen sondern selber machen und für erste kocherfahrungen eignet sich pizza perfekt kneten ausrollen und später nach eigenen wünschen und vorlieben belegen und timo hat heute sichtlich spaß am kochen das ist so wie mit knete spielen küchendirektor jan unterstützt die familien ihrer kreativität und wie eine traditionelle pizza soße gemacht wird weiß björn zu berichten ich habe mal gelernt in italien bei der pizza wm eine gute tomaten soße für pizza ist eben keine tomaten soße die gekocht wurde sondern man püriert einfach nur dosentomaten mit ein bisschen olivenöl salz und mehr nicht jetzt heißt es erlaubt ist was gefällt ganz getreu nach diesem motto kreieren die kinder ihre pizza heute gibt es mehr fröhliche gesichter als skeptische blicke drehen wir den einmal alle machen mit und alle sind motiviert wir uns idee geht voll auf wenn wir mehr käse drauf machen das ist dann die diät variante nach knapp 15 minuten bei 250 grad ist sie fertig und die spannung steigt werden die kritischen kinder die selbstgemachte familienpizza auch mögen und ist lecker sehr gut ja vielen dank das war wirklich super spannend und ich glaube es sind alle wirklich und satt und zufrieden ja und ich denke das eine andere mal wieder auch bei euch eine pizza zu hause gemacht oder man ja definitiv genau ja dann freut es mich dass ihr als gäste hier bei uns wart und hoffe wir sehen uns wieder der kleine backtag hat sich für alle gelohnt björn kann zufrieden sein ich fand das schon mal sehr erfolgreich heute und was die kleinen angeht sich schon licht am ende des tunnels also das könnte auch beim kochen selber erfolgreich werden dass sie nicht von vornherein alles ablehnen nächster tag das große kochen steht an die familie ist in die viel für wenig küche geladen und melanie höchst gespannt was sich der spitzen koch für sie ausgedacht hat ich erwarte heute von dem kochtag dass es ein außergewöhnliches erlebnis wird und wie wir die zutaten die wir auf dem markt gekauft haben jetzt heute tatsächlich auch einsetzen und natürlich ob alle es essen mögen nico ist wieder gesund und wünscht sich was ich würde jetzt sagen hamburger darauf hätte ich schon lust und timos wunsch ist wenig überraschend ich würde jetzt gerne nur den essen und welche soße da hätte es sich björn auch einfach machen können hat er aber nicht sondern sich gleich zwei ganz besondere gerichte ausgedacht eine vielseitige vorspeise und als hauptspeise einen klassiker den eigentlich alle kinder mögen das alles nach einer art baukastensystem so kann sich jeder sein gericht selbst zusammenbauen dabei bleibt es abwechslungsreich und gesund hallo 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 den habe ich ja noch gar nicht kennen gelernt du bist der nico nico du hast ja das pizza machen verpasst ja und ärgerst du dich ein bisschen jetzt ein bisschen schon ja okay aber euch hat es spaß gemacht ja uns hat es spaß mit dem spaß wollen wir natürlich heute weitermachen ich kann euch nur verraten es wird lecker und wir machen pikant und süße sachen ja wir wollen ja jetzt so ein bisschen so ein baukasten prinzip machen das heißt du machst zum beispiel ein grundteig dann und die familie kann sich dann immer verschiedene sachen als toppings aussuchen zuerst werden melanie und nico in das geheimnis der krepp zubereitung eingeführt krepp das sind ja im prinzip dünne pfannkuchen kann man viel mehr von essen weil nach einem pannkuchen ist man oft satt das heißt wir machen dünne und können dann verschiedene topics machen wir haben zum beispiel blattspinat die machen wir so schön rahmig heute okay dann machen wir ein topping mit ein bisschen fetakäse ein topping mit tomaten sowieso richtig schön angeröstete kirschtomaten und eine süße variante machen wir noch mit den äpfeln und schlagsahne hört sich gut das hört sich sehr gut und das gute ist wir müssen nur einen grundteig machen also wir backen jetzt gleich ganz viele crepe und dann brauchen wir nur noch die verschiedenen topics auf tischstellen da können die sich alle so selber nehmen was er gerne mag also rein in die schürzen ran an den herd fertig los zuerst wird die teigmasse für die crepes angerührt eier milch eine prise salz und mehl in eine schüssel und gut verrühren nico hilft normalerweise nicht so oft in der küche heute ist er aber hoch motiviert nico gibt es denn irgendwas was du heute gerne lernen möchtest hier ja wie ich halt alles schon richtig schneiden kann wie lange das braucht und halt mal einfach mal gucken wie das so ist ja mit einem richtigen koch mal hier ja zu kochen habt ihr in der schule auch schon mal so hauswirtschaft gemacht ich war in der grundschule meiner koch hg ach krass ok habe ich auch geholfen hier rühren bei die butter die muss jetzt ja da habe ich auch viel geholfen ja habe alles eigentlich ganz gut gemacht ja beim essen und so hat das hat mir eigentlich nicht so geschmeckt aber das zubereiten das hat mir spaß gemacht auch lustigen koch der sein eigenes essen nicht ist für die besondere optik wird der teig mit etwas rote bete saft verfeinert davon verspricht sich björn einen positiven effekt bei den kleinen der profi koch bereitet schon die erste süße füllung vor gebratene äpfel die sind so richtig schön jetzt karamellisiert perfekt oder und dann machen wir da noch da bieten wir die äpfel an und ein bisschen schlagsahne die zweite füllung wird pikant hauptbestandteil sind tomaten die angebraten und mit salz und pfeffer gewürzt werden das sind ja jetzt diese kirsch tomaten beziehungsweise san mazano die sind ja relativ fest was dafür jetzt natürlich optimal ist lecker nico's grundschul kochkurs liegt schon etwas zurück deshalb gibt's jetzt den basis kochkurs von björn ein lieblingsthema des spitzenkochs zwiebeln würfeln ich schneide erst mal so ein dann schneide ich noch mal zwei mal so quer da muss natürlich echt immer ein bisschen auf die finger achten jetzt so und dann so das bleibt über das kann man dann noch mal für was anderes verwenden und jetzt kannst du da mal weitermachen genau schneide erst mal so ein bisschen bis zum boden durch ne bis zum brett die muss ja hinten zusammen bleiben deshalb so zack siehst du so versuchst du mal dass du nicht ganz durch schneidest ja perfekt jetzt schön bis zum genau der daumen ist gefährdeter da kannst du besser siehst du wie so einen sonnengriff machen dann so entstehen gleichmäßige zwiebelwürfelchen die werden nun in der pfanne glasiert und mit muskatnuss salz und pfeffer angebraten das ist auch immer der doppelte effekt melanie wenn du gewürze mit anröstet weil dann dann haben die noch mal schöneres aroma als wenn du die einfach in irgendeine flüssigkeit der spinat wird samt stielen zu den zwiebeln gegeben und leicht gedünstet dazu noch ein kräftiger schuss sahne und mit muskatnuss salz und pfeffer nach belieben abschmecken und also ich finde zum beispiel wenn man den jetzt ein bisschen länger gart mag ich die stiele gerne weil viele würden jetzt einfach komplett wegschmeißen und nur den die blätter nehmen aber ich finde die stiele die haben auch was irgendwie den rahmspinat mit etwas stärker andicken die dritte füllung besteht aus zerbröseltem fetakäse so dann haben wir die tomaten wir haben die äpfel wir haben gleich den spinat fertig da müssen wir nur noch die crepe backen im unterschied zum klassischen pfannkuchen sind crepe viel dünner und wie man das perfekt hinbekommt verrät der koch profi also ich nehme jetzt eine kelle so macht es in die mitte rein und dann muss man einfach die pfanne siehst du so ein bisschen schwenken so dass der so in alle richtungen verläuft das halt wichtig dass er so ein bisschen verläuft weil sonst wird er zu dick von beiden seiten gleich lang backen und ab auf den teller jetzt darf aber nico ran wie findest du die farbe von dem crepe irgendwie süß so ein bisschen mädchen style ich wollte sagen darüber freut sich sie wahrscheinlich hello kitty crepe ja nach und nach werden alle crepe gebacken und aufgeschichtet ein schnelles gericht das hoffentlich bei den kritischen kindern ankommen wird tja wir sind fertig ging doch schnell war auch jetzt nichts super kompliziertes und du füllst nur noch die schlagsahne ab jetzt und das machen wir jetzt gleich schon mal alles auf den tisch und dann holt ihr die kids alle rein ich bin wirklich tatsächlich sehr gespannt was die kinder davon auch probieren und auch vielleicht auch mögen danach pinke crepe mit vier verschiedenen füllungen spinat für 1 euro 66 tomaten 1 euro 29 und fetakäse 70 cent oder süß mit apfel für nur 24 cent wenn da nicht für jeden was dabei ist so wir haben extra pinke crepes gemacht für die kids das sind so dünne pfannkuchen und dazu habt ihr eine riesen auswahl das kann euch natürlich dann auch der nico erklären und die melanie was ihr so da drauf machen können guten appetit euch jetzt dankeschön dankeschön sina greift sich sofort einen hello kitty crepe bei ihr hat die idee mit den pinken crepes scheinbar gefruchtet und team wie sieht das bei dir aus guck mal hier ist spinat das ist der blatt spinat nutella haben wir jetzt hier auf dem tisch nicht wir haben hier sahne sahne und äpfel nico was ist mit dir möchtest du auch irgendwas probieren ist noch nicht so ok hast aber trotzdem sehr guten befolgen gemacht schade beim zubereiten war nico noch voller elan aber zumindest sein bruder timo springt dann über seinen schatten und probiert einen crepe mit sahne papa andrei wagt sich an einen pikanten crepe mit spinat und ist voll des lobes hier schmeckt habt ihr gut gemacht ja ja trotz der pinken farbe können die crepe bei sina leider nicht vollends punkten china schmeckt dir das krepp nein guck mal der ist extra in pink aber zumindest die füllung ist ein erfolg ist schon gespannt wie die vorspeise beim achtjährigen chef kritiker ankam timo wie hat's dir geschmeckt ja was hat er denn besonders gut geschmeckt die äpfel und die sache ok melanie ist das mal so ein familienessen können sie das vorstellen so in der art also ich glaube für die kinder müsste tatsächlich noch du teller wahrscheinlich dabei sein aber ansonsten für uns auf jeden fall also ich fand die variante mit dem blatt spinat und der fetakäse fand ich sehr gut ja also ich bin noch gar nicht dazu gekommen das andere zu probieren weil ich die variante so auch noch nicht gegessen habe aber bei den kids geht schon in richtung süß schon richtung süß man sieht ja also die äpfel auf jeden fall die sahne und ja also so eine art baukastengerich wie bis jetzt hier haben fände ich tatsächlich für die zukunft auch sehr toll weil so kann man jeden geschmack irgendwie treffen so herzhaft für uns beide gerade noch und was süßes dann auch für die kinder finde ich wirklich sehr praktisch auch ja okay das mit den krepp ist noch ausbaufähig aber vielleicht wird es ja etwas hiermit björn hat sich für ein wohlfühlgericht entschieden auch hier wieder das baukastensystem bei dem sich jeder seinen bürger individuell belegen kann björns plan selber machen statt meckern sina guck mal hier was könnte es geben ein paar körner dran was was essen kinder total gerne fast siehst du ja dann gibt es auch keine nudeln oder habt ihr schon mal was gehört mit von wegen burger super er freut sich schon mal ja weißt du schon dann komme ich in einer halben stunde wieder da machst du die bürger hier ja ja okay alles klar pass auf wir machen heute leckere bürger zusammen bauen das natürlich ähnlich wie vorhin mit dem krepp auf dem tisch so auf dass sich jeder was nehmen kann was er gerne mag wir haben übrigens auch was ganz lustiges wäre mal ein bisschen weniger fleisch essen will für denjenigen haben wir da diesen quietschkäse habt ihr schon mal gehört quietschkäse der quietscht dann so wenn du den ist ist ein griechischer käse halloumi heißt er sehr lecker dann haben wir ja das gute hackfleisch gekauft hier wir machen mit dem kraut dort machen wir so ein coleslaw also so einen schönen weißkohl salat mit karotte drin bisschen schmand eine grüne soße machen wir noch ein paar rote zwiebeln normalerweise macht man die ja rot zum burger aber würde ich als kind niemals essen von daher koche ich die noch ein bisschen ein die zwiebeln damit könnt ihr auch schon mal anfangen dass du vielleicht mit den kids schon mal möhren schild und die zwiebel schild ja super timo stürzt sich gleich auf die möhren ob er wusste dass die weniger ärger machen als die bösen zwiebeln tränen schon die brennen schon ja dann kommt dann immer einen schritt zurück ich mach die walter die zwiebeln etwas kaltes wasser und alles ist wieder gut bei sina aber nun hat björn mit tränen zu kämpfen sina ich habe die gleichen probleme immer ich weine auch immer von jeder zwiebeln während timo sich immer noch mit den möhren abmüht hat björn für sina eine weitaus angenehmere aufgabe das messer ist nicht so scharf das kannst du auch nehmen und dann schneidest du hier vom toastbrot schon mal so die rinde ab dass gar keine rinde mehr drin ist sina läuft zur höchstform auf und es fängt nun an ihr spaß zu machen super mensch der zwischenzeit hat björn die zwiebeln geschnitten und eingekocht so guck mal hier die zwiebeln die kriegen durch den essig jetzt schon so eine schöne pinke farbe und die sind dann eben nicht mehr so scharf schmecken leicht süßlich bisschen so süß sauer sehr sehr schön timo ist voll bei der sache es folgt eine spezialaufgabe für den nachwuchs koch so timo hast du kraft schon in den händen power dann gehst du jetzt mal hin das war das salz hier glaube ich ja so dann machst du jetzt mal hier salz dran und ein bisschen zucker habe ich die angemacht so ein bisschen zucker und essig und so feste du kannst knetest du jetzt den salat durch ok mit aller kraft bearbeitet timo den weißkohl das sogenannte anwirken macht nicht nur spaß sondern hat einen besonderen zweck ja guck mal wie das jetzt knackt und durch dieses aufbrechen von den zellstoffen dort mariniert der salat viel besser da kommt jetzt auch die feuchtigkeit so ein bisschen raus aus dem kohl timo hat sichtlich freude an dem gemansche aber für alles ist er noch nicht bereit willst du mal stückchen von dem käse probieren warum nicht hast du angst das probieren überlässt er seiner schwester das jetzt sind das ist der krize käse lecker ja guck mal so aber timo wenn ich probieren timo ist wohl eher der macher noch kein verkoster und björn hat auch gleich die nächste aufgabe für ihn die burger patties in form bringen das sieht schon gut aus salzen tun wir das gleich in der pfanne ich nehme das jetzt so weg du machst noch mehr davon und ich tue das jetzt direkt in die pfanne rein ein bisschen öl dazu timo hat seine passion gefunden und björn gleich einen job tipp für ihn aber dein sohn der kann bald im burger restaurant anfangen hier das läuft schon von alleine auch wahnsinn oder ja guck mal super der letzte burger ist für sina reserviert auch sie formt mit hingabe und geschick den burger patty vielleicht gibt es bald einen neuen burger laden in ham perfekt die patties werden nun bei hoher hitze scharf angebraten und kommen dann noch kurz zu den brötchen in den ofen und schon ist das hauptgericht servierfertig ich also wir haben alle toppings jetzt gemacht fleisch ist im ofen brötchen auch gleich das heißt jetzt wird alles schön aufgetischt ich habe auch noch eine überraschung am tisch für die kinder bisschen ketchup muss ja sein wir können ja keine burger ohne ketchup machen und ich bin jetzt echt mal gespannt so ich weiß nicht macht ihr öfter mal so ein burger day dass sich jeder den belegen kann oder mal habt ihr das so noch nicht gemacht doch das gab es auch schon bei uns aber nicht mit den toppings noch ein bisschen andere variante deswegen ich bin gespannt ja gut bringt ihr das schon mal zum tisch dann ja ja super und so sehen sie zusammengesetzt aus die burger entweder als variante mit rinde hat für vier euro oder mit halloumi für 3,55 alles inklusive gesunder beilagen und dips und jetzt ist zusammenbauen angesagt jeder findet auf dem tisch je nach geschmack den optimalen belag für seinen persönlichen bürger ich habe einen bürger fleisch tomaten gurken und salat drauf eigentlich ist ja auch gerne so ein salaufen und käse drauf aber der fehlt mir heute irgendwie also schmeckt mir gut ich habe gucken und ein paar zwiebeln und fleisch gute stimmung am tisch es schmeckt allen und sina verzichtet zwar nicht ganz auf fleisch gibt aber dem käse eine chance und jetzt die überraschung des tages timo probiert nicht nur den coleslaw sondern er schmeckt ihm auch da wird der spitzenkoch aber gleich große augen machen timo wie hat er denn da ein eigener salat geschmeckt den du selber so zusammen gerührt hast sehr sehr lecker ich mag es eh gerne so rohkost also das gemüse muss nicht immer gekocht sein sondern kann auch mal gerne roh sein ja prima ja das ist ja manchmal wenn die selber machen dann wissen sie auch was da drin ist und dann essen das richtig genau der gerade ganz schön käse nicht ja gut guck mal der milo ist den salat auch gerne von hammer hast du auch mal den käse probiert nein ach mensch man muss doch als vater vorbild funktion sein weil wenn du denen nix vor ist dann essen die da auch nichts nach weiß was ich meine naja ok ich habe mich heute fürs fleisch entschieden ja ja aber du hättest auch bei den kindern sagen müssen boah wie lecker der käse ist das prägt kinder auch ok ja nächstes mal also den käse essen werde ich machen ich habe noch ein kleines familienbuch für euch hier ist aber kein fotoalbum sondern kochbuch ja da könnt ihr euch mal in ruhe mit beschäftigen sind da sind natürlich die sachen drin die wir zusammen gekocht haben aber auch andere sachen darin zu finden die gerichte von heute pinke crepe mit verschiedenen füllungen und die bürger in zweierlei varianten weitere leckere und günstige rezepte wie geriffelte wurzelpommes mit sauer cream für zwei euro 67 stehen ebenfalls im buch oder der flamingo nudelsalat in großartigen farben für 2,92 proportionen da macht kindern das essen gleich noch mehr spaß außerdem ein apfel möhren salat für 2,83 mit kandierten walnüssen und granat apfelkernen und jetzt ist es zeit abschied zu nehmen ich wünsche euch auf jeden fall noch viel spaß ja ja und das war sehr nett mit euch also tschüss zusammen und das fazit der familie für mich waren die letzten tage sehr aufregend und spannend gewesen ich konnte einiges dazu lernen das ganze ist auch eine alternative für den sommer für uns wenn wir mal grillen dass sich jeder aus so einem baukastensatz seinen teller zusammenbauen kann ja das baukasten prinzip das war glaube ich sehr erfolgreich also ist bei den kindern gut angekommen aber ich muss auch immer wieder sagen die eltern müssen natürlich auch mit guten vorbild vorangehen die müssen sie auch mal trauen sachen zu probieren die halt nicht alltäglich sind timo ist mir sehr positiv aufgefallen also am ersten tag wollte der kaum was probieren nur seine nudeln mit parmesan käse und jetzt wirklich hat er alles probiert und war da auch recht begeistert genauso mit sina auch also im großen und ganzen würde ich sagen war es echt ein erfolg